Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Charles Fleischauer Geheimnisvolle Geschichte. Heute wieder zu Gast mein Freund Axel Voss. Axel, ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir zusammen mal wieder eine Sendung machen. Ich habe auch, man erkennt es jetzt kaum in der Zwischenzeit, ich musste ja aufgrund der vielen Wünsche meiner Kanalfans meine Wand hier dekorieren. Hier oben, da ist ein Foto, wo du auch mit drauf bist. Da waren wir damals bei dir mit Andreas Beutel, haben eine schöne Sendung aufgenommen. Also es gehört hier zu meiner Erinnerungswand. Jetzt wollen wir aber nicht weiter wackeln. Axel, wir wollen uns heute über ein super, wirklich super interessantes Thema unterhalten. Es geht um den Renaissance-Maler Albrecht Dürer. Dürer ist wirklich spannend, aus vielerlei Hinsicht. Und du bist ja nicht nur Symbolforscher, sondern auch, was viele nicht wissen, studierter Kunsthistoriker. Das heißt, du hast eine gewisse Expertise, die man dir jetzt mal so unterstellen könnte, in diesen Themenbereichen. Und deshalb habe ich mir gedacht, bist du der richtige Gesprächspartner für dieses Thema Albrecht Dürer und hast ja auch einige Sendungen zu diesem Thema in Planung, die dann auf deinem Kanal erscheinen werden. Weil Dürer, müsst ihr wissen, liebe Zuschauer, bietet Stoff für unheimlich viel. Die Frage ist, wie tief will man einsteigen? Hier heute auf meinem Kanal ist es eher eine Einführungssendung. Auf Axels Kanal wird bald Vertiefendes folgen. Was aber nicht heißt, dass wir heute nicht in die Tiefe gehen. Wir werden uns mal diesem Phänomen Dürer annähern. Das Interessante an ihm ist nicht nur, dass er ein wirklich begnadeter Maler der Renaissance war, der einfach tolle Kunstwerke hinterlassen hat, sondern dass diese Kunstwerke zeigen, dass Albrecht Dürer auch eine geistige Botschaft hatte. Also es war ein Mensch, der sich, ja man muss es sagen, ein typischer Vertreter seiner Epoche, der Renaissance, ähnlich wie Leonardo da Vinci. Es war jemand, der auch ein umfangreiches Wissen hatte über die Welt, vielleicht auch über Religion oder esoterische Zusammenhänge, die über das reine Malerhandwerk weit hinaus gehen. Und das hat er unter anderem auch so in seinen Werken verschlüsselt. Deshalb spricht man auch vom Dürer-Code, ähnlich wie dem Da Vinci-Code. Und das macht Dürer so spannend. Axel, führ du uns doch bitte mal einfach in die Thematik ein und dann gehen wir schrittweise weiter vor. Ja Charles, mache ich gerne. Schön wieder bei dir zu sein und mit dir so ein Projekt anzubieten und zu präsentieren. Ja, Dürer ist neben Leonardo wirklich auch einer meiner Lieblingskünstler, weil er eben so viele Facetten hat, so viele Tiefen hat. Er ist quasi, ja quasi als Wormor Universale, wie man im Italienischen sagt, also als universeller Mensch, als Gelehrter, wie du gerade schon angedeutet hast, in so vielen Richtungen schon tatsächlich mit Leonardo zu vergleichen. Er steht quasi für, ja, die, für die deutsche Renaissance aus verschiedensten Gründen. Kann man sagen, er ist sowas wie der deutsche Leonardo? Ja, ja, das ist immer schwierig zu sagen. Leonardo ist für mich so wirklich ganz oben auf dem Berg, aber er kommt da schon sehr nah ran. Er hat auch wahrscheinlich nicht diese Verbindung gehabt, die Leonardo hatte in Florenz, wo ja nun wirklich in der Renaissance der Schwerpunkt war, wo auch die ganzen Denker, Philosophen und Künstler zusammenkamen. Und da war Dürer in Nürnberg, obwohl er ein unglaublich gutes Netzwerk hatte, doch vielleicht ein bisschen so ein Volitär, der aber eine Verbindung durchaus hatte zu der Platonischen Akademie. Aber dazu komme ich gleich. Also er hat praktisch nicht, er hat praktisch nicht an dem Hotspot der Renaissance gelebt. Er hat mehr so einen Außenposten in der deutschen Provinz, wollte ich jetzt mal sagen, wobei Nürnberg zu der Zeit keine unbedeutende Stadt gewesen ist. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, das stimmt. Und er ist natürlich auch gereist. Er ist auch nach Italien gereist in jungen Jahren. Wie man das denn auch später so gemacht hat, die Grand Tour, also jeder deutsche Maler hatte dann natürlich auch mit seinen Kollegen in Italien sich ausgetauscht. Gerade Venedig war da auch eine Metropole, so wie die ganzen Stadtstaaten in Italien, wo natürlich jeder glänzen wollte, wie Mailand, wo ja auch Leonardo wirkte. Und er war Grafiker, er war aber auch Mathematiker und er war Kunsttheoretiker. Er hat sich also da sehr stark auch in der Theorie mit der Frage befasst, mit der philosophischen Frage, die wir seit Platon kennen. Was ist das Wahre, Gute und Schöne? Also mit dem, was man als Ästhetik in der Philosophie bezeichnen würde. Dürer und ich will euch mit Biografien jetzt nicht langweilen, das könnt ihr natürlich alles relativ schnell nachlesen. Ich will schon in diese Besonderheiten, was macht ihn aus und was macht gerade dieses Werk der Melancholia Hans so besonders. Dürer wurde 1471 geboren und ja, wie du sagst, Nürnberg war keine unbedeutende Stadt zu der Zeit und ich bin gerade wieder so richtig im Dürer Fieber. Mal ganz abgesehen, dass ich mich mit seinem Werk und gerade mit der Melancholia Hans so sehr lange schon beschäftige, lese ich gerade ein sehr spannendes Buch mit dem Titel Dürer und der Wahl. Ist auch vor wenigen Monaten in den Buchhandel gekommen, ich halte es mal hoch, spektakulär mit dem Untertitel Wie die Kunst die Welt geschaffen hat. Also da zeigt sich, Dürer war nicht einfach nur Maler, sondern Dürer war Gelehrter, der erkennen wollte. Und er wollte unbedingt ein Wal in Natura erleben, was zu der Zeit auch gar nicht so einfach war. Also der hat richtig angeheuert an Bord und ist rausgefahren auf See. Und wenn man an Dürer denkt, dann fällt einem vielleicht auch... Also der war Seemann, verstehe ich das richtig? Nein, nein, er hat angeheuert. Er wollte mit dem Boot rausfahren, um die Wale zu beobachten. Also wirklich vor Ort. Okay, also so ein Walfängerboot. Das wusste ich nicht. Völlig interessant, ja. Wusste das auch nicht. Also das gibt mir wieder ganz neue Facetten auf den Jungen. Was mir auch eine Bestätigung gibt, dass Dürer wirklich auch den Ding auf den Grund gehen wollte. Ihr kennt diese naturalistische, wunderbare, dieses Werk in der Albertina, der Hase, der ganz berühmte, der so naturalistisch gemalt wurde von ihm. Aber wir kennen auch dieses Rhinozeros. Und das sieht nun ziemlich schräg aus, weil er hat dieses Rhinozeros nie tatsächlich gesehen. Das kann er nur vom Hören sagen. Und daher, wenn wir das heute betrachten, dann sieht das schon ein wenig gewöhnungsbedürftig aus. Und das zeige ich dafür. Der wollte den Ding auf den Grund gehen, dass er sagt, ich will in die Tiefe. Also auch in die philosophische. Der war auch ein Denker. Eine Frage hatte ich, wo du jetzt philosophisch erwähnst. Ich hatte dich vorhin unterbrochen. Da warst du gerade dabei zu erzählen, dass er Kontakte zur platonischen Akademie hatte. Könntest du für die Zuschauer, die nicht wissen, was die platonische Akademie ist in der Renaissance, das mal kurz erklären, diesen Kontext? Weil das halte ich für total wichtig. Wir kennen Platon und die Akademie eigentlich aus dem antiken Anten. Was hat das jetzt mit der Renaissance und Dürer zu tun? Ja, das fängt eigentlich schon bei dem Namen Renaissance an. Also eigentlich sollte dieser Begriff Rina Cimento heißen. So heißt er auf Italienisch. Und das bedeutet ja Wiedergeburt. Wiedergeburt wovon? Wiedergeburt von den Errungenschaften der Antike, von Lehrbüchern, Schriften und auch verschollenen Manuskripten, die einfach wieder auftauchten, weil man danach suchte. Und insbesondere die Familie Medici in Florenz schickte also nun Leute aus, um nach platonischen Schriften zu suchen, die ein gewisser Massilio Ficino dann ins Italienische übertrug oder ins Lateinische zuerst mal. Und aufgrund der Wiederentdeckung auch der platonischen Schriften rückte nach und nach der Mensch wieder in den Mittelpunkt, der ja nun im Mittelalter quasi die ganze Zeit für das Jenseits hin arbeitete. Da war Gott quasi der, um den sich alles drehte. Und diese Wiederentdeckung der Antike in einer wohlgemerkt christlichen Welt, das zeichnet die Renaissance aus. Und Massilio Ficino bekam ein Landhaus in Carregi, also in der Nähe von Florenz, von Lorenzo de' Medici geschenkt. Und das war so eine Art philosophischer Kreis. Das hieß noch gar nicht platonische Akademie. Den Namen bekam es ja später. Aber man beschäftigte sich mit Platon und auch mit seinem Nachfolger, einem Philosophen namens Plutin, deren Namensähnlichkeit nicht von ungefähr kommt. Die hat er sich selber gegeben. Und entdeckte mit den platonischen Schriften unter anderem auch die hemetischen Schriften wieder. Also diese Schriften, die wir vielleicht unter dem Namen Kybalion kennen, worüber du auch schon oft in deinen Sendungen berichtet hast. Und das alles kam zurück nach Florenz. Auch mit dem Fall von Konstantinopel 1453 kamen griechische Gelehrte mit diesen alten Schriften, wohin? Natürlich ins Zentrum der Gelehrsamkeit nach Florenz. Und daher war dieser Ort so wichtig. Und die Platonische Akademie war nun nochmal der Kern der Intellektuellen von Florenz. Damit hatte er Kontakt. Weiß man, inwiefern er Kontakt hatte? Stand er in einem Briefwechsel mit denen? Hat man sich gegenseitig besucht? Oder vermutete man das nur aufgrund einer geistigen Nähe seines Werkes? Nein, er hatte tatsächlich über Freunde, Beziehungen nach Italien. Willi Ball Prickheimer war auch ein Nürnberger, der ihn dazu geführt hat. Und natürlich Reuchlin. Das war eine ganz starke Verbindung. Das waren alles. Reuchlin ist auch spannend. Das muss man jetzt nochmal kurz erwähnen, wer Reuchlin war. Ein deutscher Gelehrter, gilt als Humanist, der das Hebräische beherrscht hat und der jüdische Texte ins Deutsche übersetzt hat. Und vor allem Texte aus der Kabbalistik und auf denen praktisch eine geistige Strömung zurückgeht, die man christliche Kabbalah nennt. Die dann wiederum unter anderem verschiedene Strömungen der Freimaurerei oder des Okkultismus des 18. Jahrhunderts stark beeinflusst hat. Also hier sind wir praktisch, wir sind ja jetzt in der Renaissance, bei den Großvätern der, man könnte sagen, die Humanisten sind die Großväter der Aufklärer aus dem 18. Jahrhundert und diese Neoplatoniker, Hermetiker sind die Großväter der Okkultisten des 18. Jahrhunderts. Also das ist spannend, weil es uns über verschiedene Stufen auch heute noch betrifft. Deshalb ist Dürer so interessant. Es ist einer dieser frühen, geniehaften Künstlermenschen, Renaissance-Menschen, die uns betreffen. Genau, das ist absolut richtig, was du sagst. Da sind wir ja auch immer im Austausch miteinander. Diese gnostisch-esoterische Strömung über die Kunst und über die Philosophie, die uns schon so lange begleitet, über all die Jahrhunderte. Und einen Namen möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen, was die platonische Akademie angeht. Das ist Pico de la Marandola. Und Pico de la Marandola war jemand, der versucht hat, die Kabbalistik und die jüdische Tradition mit der christlichen und mit den Erkenntnissen der Antike in Einklang zu bringen. Das heißt, es ist ein überreligiöses Konzept, wo all diese Strömungen auch ihre Heimat finden sollten. Was ja auch interessant ist, das klingt alles eigentlich recht modern. Und unsere Moderne begann ja dort. Es ist ja das Ende des Mittelalters. Es sind die frühesten Formen und eigentlich von einer Denkart und einer Schaffensart, der wir heute noch entsprechen. Wir sind die Urenkel von denen. Aber kommen wir zurück zu Dürer. So viel jetzt erstmal so zu diesem Kontext, in dem er steht. Das sind Kreise, wo er Kontakte hin hat, wobei er eine Randfigur ist in Nürnberg, wo er aber geistig irgendwie so in diesem Feld zu verorten ist. Ja. Er hat diese Reihe der sogenannten Meisterstiche, also drei außergewöhnliche Kupferstiche, die auch miteinander in Beziehung stehen, die hat er gefertigt, als er schon ein etablierter und bekannter Künstler war. Er war, als er die Melancholia 1 geschaffen hat, 43 Jahre. Und dieses Bild, und deshalb ist mir das auch so wichtig und immer wieder so interessant, neue Deutungen darin zu finden, das ist für mich ein Initiationsbild. Denn dieses Bild ist, wenn man sich damit beschäftigt und mit diesen unglaublich vielen Symbolen und Allegorien, die in diesem Werk stecken, ein Einweihungsbild in die gesamte intellektuelle, gnostisch-esoterische Tradition, von der wir gerade sprachen. Wir werden gleich näher auf dieses Bild eingehen. Es ist, glaube ich, so sein berühmtestes Bild. Kannst du noch mal kurz erklären, in einfachen Worten, was ein Kupferstich ist? Ja, weil man denkt immer, ein Maler, der malt, der sitzt da mit einem Pinsel oder mit einem Bleistift. Aber was ist jetzt ein Stich? Ja, richtig. Ein Stich wird tatsächlich mit einem sehr kleinen Stecheisen in eine Kupferplatte eingraviert. Und das ist quasi ein Druck, der nachher davon gefertigt wird. Und daher ist die Melancholia 1 eben auch kein Unikat, sondern es gab natürlich dann verschiedene Abzüge davon, die wir an verschiedenen Stellen heute in Museen und auch in Privatkollektionen finden. Das heißt, er hat das in Kupfer praktisch tatsächlich reingestochen, wie so eine Druckplatte. Das ist ja auch interessant, weil es ein reproduzierbares Kunstwerk ist dadurch und auch ja in die Moderne, in unsere Zeit weist. Du hast zum Beispiel nur eine Mona Lisa, aber dadurch, dass dieser Stich so bekannt wurde, weil eben vervielfältigbar, gibt es über die Melancholia 1. Und in der Tat, ich vermute, mehr Abhandlungen und mehr Schriften, mehr Interpretationen als über die Mona Lisa. Und das bedeutet schon. Ja, Dürer hätte damals auch YouTube genutzt. Jetzt bevor wir uns das angucken, weil das wird das Hauptstück unserer Sendung. Es gibt ja noch das tolle Buch mit dem Dürer-Code. Und wir müssen das den Zuschauern zeigen, weil es gibt natürlich viel Dürer-Literatur, aber wir mussten ja ein bisschen auswählen, was zeigen wir euch. Und dieses Buch, das ist auch etwas höherpreisig, aber das liegt daran, weil es so groß ist und mit Bildern, ist der Oberhammer. Das ist der eigentliche Oberhammer. Da hat jemand ganz in Ruhe wirklich nach Geheimcodes in Dürers Werken geforscht. Und da könnte man eigentlich eine ganze Sendereihe drüber machen. Aber wir müssen es hier zeigen und erwähnen und bewerben. Der Codebrecher. Also dieses Buch ist unglaublich dicht. Wirklich Fachliteratur von Leonard Richter geschrieben. Ein Werk, was mich auch komplett verblüfft und fasziniert hat, weil er hier auch wirklich in diese ganze Tradition eingeht, die Dürer zugänglich war zu dieser Zeit. Und aufgrund derer er sein ganzes Wissen in diesen Werken kodiert, weiterverarbeitet hat. Ja, und vor allem hat er in diesem Standardwerk mal rausgearbeitet, wie dicht eigentlich diese ganzen Informationen sind, die Dürer in seinen Bildern transportiert. Wie überladen das eigentlich ist. Also wir machen ja nur eine Dürer-Einführungssendung, aber das Buch sei wirklich jedem nochmal ans Herz gelegt, der da ganz tief in die Materie der Mysterienweisheit einsteigen möchte. Wir wollen jetzt aber uns die Melancholia 1 angucken und wir werden sie einblenden und ich werde ein bisschen drin rumkritzeln. Aber es sei euch nochmal ein Tipp ans Herz gelegt, geht doch einfach mal ins Internet, auf Wikipedia findet man, wenn man Melancholia 1 eingibt, eine gute Version des Bildes, also eine gute Auflösung und druckt euch das aus. Es kann durchaus Sinn machen, falls ihr dazu Lust habt, druckt euch das Ding mal aus. Dann könnt ihr das während wir drüber sprechen auch einfach mal in der Hand halten und angucken. Und auch so, ich meine bei Axel, hinter ihm hängt es auch. Das macht sich gut in der Wohnung. Ist ein schönes Bild. Vielleicht hänge ich es mir hier auch noch an die Wand. Genau, ich habe es hier hinter mir. Und ich habe auch natürlich als großer Forscher und Fan dieses Bildes, ich habe auch diesen Polyeder, der jetzt hier gleich ins Auge fällt, den habe ich hier auch nochmal als 3D-Druck neben mir stehen. Aber dazu sage ich gleich mal ein bisschen was. Jetzt sehen wir es hier. Wir sehen jetzt die Melancholie und wir sehen ja auch, es ist detailüberfrachtet. Vielleicht zur Einführung, was ist überhaupt die Melancholie? Also was ist jetzt das große Motiv? Was sieht man hier? Ja, interessant ist, das Bild hieß ursprünglich auch nicht Melancholia 1, obwohl es ja da quasi links oben in der Ecke sogar erwähnt wird. Wie gesagt, es war einer der drei Meisterstiche von Leonardo, von Dürer, jetzt fange ich schon mit Leonardo an, von Dürer. Und das erste dieser Meisterstiche ist auch nicht ganz unbekannt, unter dem Namen Ritter, Tod und Teufel. Bei Dürer hieß das zunächst erstmal der Reuter. Also Reuter mit TH, also ein anderes Wort für Reiter eigentlich. Und dann gab es eben dieses Bild zum Schluss und dann gab es noch Hieronymus im Gehäuse. Also das, um es nochmal zu erwähnen, das sind die drei Meisterstiche. Und ja, der Name Melancholie ist ganz interessant. Das bedeutet eigentlich wortwörtlich schwarze Galle. Also Melas Colae geht zurück auf Hippokrates, Säftelehre. Und wird er nachher übernommen von dem großen gelehrten Mediziner Galen, der dann diese Temperamentelehre damit einbringt, wo wir heute sagen, wir sind melancholisch. Das ist eigentlich, muss man sagen, das sind vier Grundmenschentypen. Der Melancholiker ist einer davon. Und das ist damals medizinisches Wissen. Das waren Charakter- und Körpertypen, wenn man so will. Und man glaubte, dass es vier Säfte gibt, die im menschlichen Körper interagieren. Und wenn man jetzt von einem Saft mehr hat, dann ist man vielleicht Melancholiker. Ich glaube, bei der Melancholie ist es die schwarze Galle. Oder wenn was ins Ungleichgewicht gerät, entsteht eine Krankheit. Ich will diese Lehre in keinster Weise hier schmälern, weil es ist interessant. Auch das ist antikes Wissen. Das müsste man dann naturheilkundlich näher erforschen. Das tun ja auch Leute. Also spannendes Feld. Aber darauf nimmt jetzt Dürer praktisch Bezug auf die Melancholia, also diesen speziellen Menschentyp. Genau. Also die anderen kennen wir. Also den Choleriker zum Beispiel. Oder den Phlegmatiker, den Sanguiniker, die jeweils eben diese Körpersäfte zugeschrieben werden. Und die Melancholie, ja melancholisch, ist für uns heute trübsinnig, versunken, dem Alten nachhängend. Und ja, es ist schon interessant, dass genau dieser Ausdruck hier in der rechten Hälfte des Bildes von dieser Gestalt so genau rübergebracht wird. Da sinniert ein, ja was, ein Mann, eine Frau, ein Engel mit zwei sehr großen Flügeln. Da gibt es nun, ich mache jetzt was, was beinahe schon moderne Kunst ist. Ich markiere hier mal Sachen, damit der Zuschauer immer weiß, worüber wir sprechen. Wir sprechen jetzt mal über diese Figur. Ja. Diese Figur hat also genau diesen senierenden Ausdruck. Mit dem Kinn auf der Hand so aufgestützt und hat gleichzeitig aber auch einen Zirkel in der Hand, sodass man sagen kann, ja, da wird etwas konstruiert und gleichzeitig darüber nachgedacht, aber so ins Leere starren, versunken. Diese Figur sitzt und hat zwei große Schwingen hinter sich. Also es ist ein Engel, das kann man sagen. Und dieser Engel hat neben dem Zirkel auch noch weitere interessante Attribute und die aber, und da schaut genau hin, erst mal auf dem zweiten Blick erkennbar sind. Also was groß auffällt, das ist natürlich dieser dieser Kranz auf dem Kopf, so wie wir ihn kennen. Ich male, während du erzählst. Also hier ist jetzt der Kranz, ja. Genau. Der Kranz wurde auch interpretiert, ja, was sind denn das überhaupt für interessante Pflanzen, aus denen der besteht? Also ist das Liebstöckel oder Wasserhahn, Fuß, Brunnenkresse, wurde genannt. Ich kenne ja sonst den Lorbeerkranz, aber ein Lorbeerkranz sieht anders aus. Ja, Lorbeerkranz sieht anders aus, den man von großen Herrschern, aber auch eben von Dichtern kennt. Also Vergil hatte ja so einen Lorbeerkranz in der göttlichen Komödie bei Dante. Aber es wird auch gesagt, es handelt sich dabei um Engelwurz. Und Engelwurz heißt übersetzt, also mit wissenschaftlichem Namen, Angelika, Arkangelika. Erzengel oder was? Ja, richtig. Genau, das Kraut des Erzengels. Und insofern natürlich interessant. Da würde mich jetzt interessieren, da kenne ich mich nicht aus, aber ist das zufällig eine Pflanze, die auch psychedelisch wirkt? Diese Pflanze in der Tat wirkt gegen Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit. Das heißt, sie wirkt quasi der Melancholie entgegen. Und das finde ich interessant. Es ist also ein Kranz, der quasi der Melancholie hilft, aus ihrer Untätigkeit herauszukommen. Und das ist schon mal eine sehr, sehr spannende Geschichte, das zu sehen. Da gehe ich aber gleich noch weiter darauf ein, wenn es darum geht, zwei Götter zu erwähnen, die in diesem Werk eine Rolle spielen und die quasi, wenn man so will, gegeneinander stehen. Das versuche ich gleich in diesem Quote ein wenig zu entschlüsseln für euch. Aber was ich euch noch zeigen wollte, wenn wir an der Seite an dem Gewand lang gehen, dann sehen wir da einen Schlüsselbund. Genau. Das sind Schlüssel. Und Schlüssel bedeuten, da wird etwas bewacht und da wird und da wird über etwas gehütet. Das heißt, diese Schlüssel sind auch ein Symbol von Herrschaft. Und das hat in der Vorzeichnung dann Jörer tatsächlich auch so erwähnt, wer die Schlüssel hat, hat die Macht. Also ein ganz klares Symbol, dieser Engel hat Zugang zu etwas, nur er hat die Schlüssel dafür. Und weiter unten sehen wir dann weiter unten links auch auf diesem Gewand einen Geldbeutel. Genau, da ist der Geldbeutel und der steht natürlich für Prosperität, für Wohlstand, aber eben auch für Macht. Also das sind zwei Symbole, die erstmal diesen Engel auszeichnen, dass er quasi über Wohlstand und über die Macht über Dinge verfügt. Okay, soweit erstmal zu dem Engel, wo ich immer wieder faszinierend fand, diese Faltung des Gewandes. Also das ist ganz meisterhaft, wenn ihr überlegt, das hat er ja in diese Kupferplatte geritzt und dieses Werk ist gerade mal ja ungefähr ein A4-Blatt groß. Was für ein Meister war am Werk. Ich kann darüber immer nur den Kopf schütteln. Dieser kleine Kopf des sogenannten Puto, also dieses kleinen Engels neben der großen Figur, der ist gerade mal ein Fünf-Zent-Stück groß. Wie hast du den gerade genannt? Wie wird der in der Kunsthistorie? In der Kunsthistorie steht der Puto für einen kleinen Engel oder auch für einen Genius, wenn man so will. Das findet man zum Beispiel auch bei Raphael, das sind meistens so kleine nackte Armoore, so mit Flügelchen und die sehen immer ganz putzig aus. Hier ist er ein bisschen geknickt in der Melancholie. Genau, der hat nun die Augen geschlossen und er schreibt aber in ein Buch. Das heißt, er ist derjenige, der quasi als Schreiber das Ganze dokumentiert, was der Engel vielleicht gerade mit dem Zirkel als Künstler schafft. Das heißt, die beiden stehen in Beziehung miteinander und er sitzt auf einem Mühlstein. Dieser Mühlstein ist ein Symbol dafür, dass etwas gemahlen werden muss, um daraus etwas Neues entstehen zu lassen. Wir kennen das ganz einfach vom Brotbacken und dieser Mühlstein kann in seiner Radform natürlich auch als schwer zu ertragen das Leben interpretiert werden. Also das Lebensrad und der Mühlstein, den man trägt und diese ganze Schwermut. Oder den man auch unter schweren Anstrengungen bewegen muss und so weiter. Richtig. Ja, genau. Und daneben sehen wir als dritte Figur einen schlafenden Hund, der sehr abgemagert ist. Also man kann ihn sogar als Windhund vielleicht interpretieren und Hunde gelten ja in der Symbolsprache als Symbol für Treue. Aber auch als Wächter der Unterwelt. Auch als Wächter der Unterwelt kennt man von Zaberus natürlich. Und er schläft. Er ist nicht aktiv. Und wenn du überlegst es ist ein Windhund also einer der schnellsten Hunde wenn nicht sogar der schnellste Hund überhaupt der jetzt hier zusammengekringelt ruht. Er ist nicht in Bewegung. Das ganze Bild bis auf den Kometen da oben der da gerade von links oben ins Bild kommt ist wie eingefroren. und dann können wir bei dem Kometen auch weitermachen. Der Komet ist natürlich erstmal ein Zeichen einer Neuankündigung. Der Komet könnte gedeutet werden für einen Neuanfang. Er könnte aber auch für eine Katastrophe für eine Apokalypse stehen. Das heißt da kommt etwas von außen in die Welt und strahlt. Ein Komet sendet auch Licht. Auch das eine Interpretation. Und das ist so interessant bei diesen Symbol Sprachen je nach Kontext. Es gibt ein kleines Dürer Buch mit dem Untertitel Labyrinth der Deutungen. Und genau so verhält es sich auch mit diesem Bild. Und deshalb ist darüber auch so viel geschrieben worden. Darüber befindet sich ein Regenbogen. Dieser Regenbogen, der heute ein wenig inflationär auch für Vielfalt steht, steht aber in der Symbolgeschichte, weil er eben auch alle Farben beinhaltet, für den Bund des Menschen mit Gott. Ihr kennt das aus der Archie Noah. Genau, ihr kennt auch der Weg von Asgard. Weil es ja auch interessant ist, dieser Bund mit Noah ist ja zum Beispiel ein anderer Bund als der der dann mit Moses geschlossen wird. Und der Bund mit Moses ist dann der mit dem Volk Israel. Der Noah chitische Bund bezieht sich auf die gesamte Menschheit. Ja, richtig. Genau. Ja, und dann haben wir dahinter eine Landschaft. Also wir sehen aufs Meer, wir sehen eine kleine Stadt. Das Ganze ist wirklich winzig klein. Also wie gesagt, der Kopf gerade mal ein Fünf-Cent-Stück groß. So detailliert ist das ausgearbeitet. Über diese auf dem ersten Blick vielleicht als Fledermaus identifizierende Gestalt, die also diesen Schriftzug trägt, da gehe ich vielleicht gleich später nochmal drauf ein, weil damit hat es eine ganz besondere Bewandtnis, denn nach meiner Interpretation ist das gar keine Fledermaus. Ja, aber gut, was mich auch mal interessieren würde, was ist das hier? Das ist ein Schmelztiegel. Da sind wir tatsächlich mitten in der Alchemie, denn dieser Schmelztiegel, also ihr seht diesen Bottich, der Feuer trägt und darauf befindet sich quasi ein Schmelztiegel mit einer Feuerzwange, das sind Symbole für alchemistische Prozesse. Ich hätte vielleicht sogar einen Verdacht, was da geschmolzen wird, denn dieser Grundtyp des Melancholikas, der wird mit dem Planeten Saturn in Verbindung gebracht. Astrologisch sind wir hier in der Welt des Saturn, die Alchemie bezieht sich ganz viel auf Saturn, dem Saturn ist das Metall Blei zugeordnet, das ist ja auch mit der Schwere. Vielleicht ist es ja ein Schmelztiegel, wo Blei geschmolzen wird, also diese verdichtete Saturnenergie und mir fällt diesbezüglich noch was anderes hier auf, das will ich bevor du uns weiterführst mal erwähnen, hier ist eine Waage. Die Waage ist natürlich das Abwägen oder die Gerechtigkeit, aber die Waage ist auch im Sodiak ein Tierkreiszeichen und es gibt in der Astrologie gewisse altüberlieferte Regeln, dass die Planeten in speziellen Punkten im Tierkreis eine sogenannte Erhöhung haben und der Planet Saturn, der hier eine große Rolle spielt, ist jetzt nach den Regeln der klassischen Astrologie in der Waage erhöht. Also die Waage als Sinnbild des Tierkreiszeichen Waages ist die Erhöhung des Saturn oder dort findet die Stadt. Interessant ist auch, du hast gesagt, hier ist ein Windhund, ich lehne mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, vielleicht ist das auch ein Lamm. Wenn das ein Lamm wäre, dann hätten wir hier die Achse, die Tierkreisachse, nämlich das Sternzeichen Waage und der Waage gegenüberliegend den Widder. Ich denke auch, es sieht eher aus wie ein Hund, aber wer weiß, ob vielleicht eine gewisse Doppeldeutigkeit da drin ist. Da will ich jetzt gar nicht behaupten, dass es so ist. Es ist nur mal so ein Gedanke, weil wenn hier auch ein Tierkreis enthalten ist, es ist schon interessant, der Waage gegenüber in der Waage erhöht ist. Da wiederum wäre ich mir sicher, dass das so zu interpretieren ist. Da bist du als Astrologe natürlich bei deiner Spezialist. Ich finde es so schön, dass jeder bringt seine Interpretation aus seinem Fachbereich damit rein. Es ist auch immer wieder faszinierend, das zu sehen. Ich würde für den Hund plädieren, weil es Vorläufer des Sujets der Melancholie gibt, die auch immer wieder diesen schlafenden Hund zeigen. Da waren andere Künstler vor Dürer noch dabei, aber das ist eine ganz andere Sichtweise von dir. Das finde ich toll. Oder eine andere Spekulation. Wenn da vielleicht sind da noch andere Sternbilder verschlüsselt? Wir wissen es nicht. Es gibt ja auch noch jenseits des Tierkreises Sternbilder. gibt ja auch den Hundsstern. Das könnte man auch überlegen. Oder ist das vielleicht der Hundsstern? Es muss nicht so sein, aber das sind so Arten, wie ich an sowas herangehe, dass ich gucke, findet man dort Übereinstimmung. diese Engelsgestalt erinnert mich an viele Darstellungen des Sternbildes Jungfrau. Es erinnert daran. Es gibt viele alte Darstellungen und Jungfrau wird auch als geflügeltes weibliches Wesen oft gezeigt. Wer weiß. Dürer hat sich sicherlich ausgiebig mit Astrologie befasst und Alchemie. Da ist schon von auszugehen, dass sowas hier entschlüsselt enthalten ist. Auch nochmal eine andere Geschichte. Wir sehen hier die Sanduhr. Die Sanduhr natürlich der Saturn dann im griechischen Kronos ist auch der Gott der Zeit der Chronologie und die Sanduhr ist auch ein Saturn Symbol. Ja, ich sprach ja gerade von den zwei Gottheiten, die in diesem Bild versteckt sind und das ist natürlich völlig recht der Saturn der hier überall Rüschert. Der Saturn hat eben diese Schwere ich bin auch da bei dem Blei ganz bei dir denn der Saturn hat das Element Erde er steht für Trockenheit für Kälte für Unbeweglichkeit und er ist nicht nur Herr der Zeit er ist auch der Schwellenhüter und er ist wenn man so will der schlafende König der Elemente also er ist ein wenn man ja das interpretieren mag vielleicht ein geheimnisvoller Verwandler auch und daher finde ich all das was in diesem Bild passiert also diese Ersterrung und dann dieser Komete der kommt und diese Bezüge auf Saturn der ja quasi zum einen seine Kinder verschlungen hat als quasi der Vater der Olympia dann auch von Jupiter nachher getötet wurde von Zeus wenn man soll auf der anderen Seite war aber auch der Gott des goldenen Zeitalters also da kann man zurück gehen bis in die Wegen also dieses goldene Zeitalter ist so ein das taucht in ganz vielen Mythen der Menschheit Es gibt ja auch bei den alten Griechen so Generations Abfolgen von Götter Dynastien und Zeus ist der Anführer der sogenannten Olympia und Kronos sein Vater das sind die Titanen das ist ein ganz anderes Götter Geschlecht ja was vielleicht auch den Wechsel von kosmischen Zeitaltern hindeutet hier gibt es noch was anderes astrologisches was richtig hot stuff ist das hier das ist ein magisches Quadrat ja das ist meines Wissens ist das ein Jupiter Quadrat auf diesem Bild und Jupiter wiederum in der antiken Mythologie wie wir es jetzt erklärt haben der Sohn des Kronos der ihn auch bezwingt und dann die Herrschaft der Titanen beendet danach beginnt die Herrschaft der Olympia in der Astrologie in dem Verständnis Jupiter gilt als der große Wohltäter es ist ein Planet der mit Glück und Wachstum in Verbindung steht also könnte man auch sagen einer Kraft die jetzt dieser saturnischen Kraft entgegensteht oder die Erlösung davon bringt Ja und das ist auch einer der verschiedenen Kodierungen so wie ich das Bild interpretiere es wirbt zuerst mal wie ein melancholisches Bild wie ein Bild des Saturn aber dadurch dass wir es hier mit einem Jupiter Quadrat haben der quasi der Inbegriff ist des Neuanfangs der Aktivität der Freude ist es quasi wie ein Talisman gegen Melancholie auch zu interpretieren Übrigens hast du da oben ja auch die Wanduhr die Waage und erwähnt den Zirkel das sind alles Instrumente um die Welt zu messen und wir kennen das auf der Bibel Ja Erzähl mal ich ergänze gleich erzähl mal reden wir erst mal zu Ende Wir haben gerade schon über Platon gesprochen über die Suche nach dem wahren guten und schönen und Dürer hat genau dieses Konzept aufgenommen wir kennen das aus dem Buch der Weisheit aus der Bibel wo es ja heißt auch du hast alles geordnet nach Maßzahl und Gewicht und auch das ist wie an roter Faden zu sehen in diesem Bild weil unten sind unheimlich viele Werkzeuge verschreut also ich könnte da im Einzelnen auf jedes Werkzeug eingehen brauche ich aber gar nicht wir sehen das sind Werkzeuge um etwas Neues zu schaffen und das ist Nägel eine Säge wir haben so viel wir haben zum Beispiel einen Blasebalg siehst du da unten wir haben einen Richtschalt wir haben ein Streichmaß wir haben einen Hammer darin versteckt und eine Zange das heißt eine Säge da unten das sind so viele Instrumente die aber nicht zum Einsatz kommen die aber bereit liegen um etwas Neues zu schaffen und interessant vielleicht noch zu erwähnen dass diese Glocke die über dem magischen Quadrat zu dem ich gleich noch ein bisschen was erzählen möchte diese Glocke steht natürlich auch für eine stillstehende Zeit weil so wie sie da aufgehangen ist kann sie gar nicht läuten also die ist viel zu dicht an der Mauer dass sie frei schwingen kann und das sieht man erst auf den zweiten Blick wenn man sich mit seinem Werk beschäftigt und das finde ich schon erstaunlich weil die genau über dem Jupiter Quadrat steht ich finde es auch interessant das Jupiter Quadrat zeigt jetzt die Erlösung aus dieser saturnischen Melancholie an und es befindet sich hinter der Engelsgestalt das heißt der melancholische Engel der jetzt nach vorne blickt sieht die Lösung hinter ihm gar nicht und ich habe noch einen Gedanken der ist vielleicht etwas um die Ecke gedacht wir haben hier diese Leiter die Leiter die Leiter hat auch wenn wir zählen hier unten ist eins zwei drei vier fünf sechs sieben Sprossen da haben wir schon mal die sieben klassischen Planeten ich würde behaupten wahrscheinlich es ist eine Himmelsleiter Himmelsleiter kennen wir jetzt aus der Bibel von dem Traum Jakobs da liegt er auf dem Stein und träumt von der Himmelsleiter und wenn ich das jetzt richtig zusammen kriege ist das aber auch der Ort wo später der Salomonische Tempel gebaut wird und wenn wir hier die Himmelsleiter sehen und uns praktisch mal so reindenken das könnte dann ja auch dieser Ort sein dann frage ich mich was ist dieses Gebäude ist das vielleicht der Tempel natürlich kann das nicht eindeutig beweisen aber das sind so ich gehe da mal so ein bisschen kriminalistisch ran zähl mal eins und eins zusammen war ganz sicher bibelkundig und religiös also der hat in solchen Dimensionen könnte ich mir gut vorstellen gedacht lass uns mal weiter forschen was das mit der sieben aufsichert denn auch das ist ein weiterer Schlüssel zu diesem Bild denn die wird auch an anderer Stelle auftauchen wenn wir nochmal an das magische Vertrag gehen was wirklich faszinierend ist sehen wir dass der Engel mit seinen Flügeln die eins unten rechts im Quadrat berührt und auf der anderen mit dem anderen Flügel berührt er die Sanduhr die Sanduhr steht für Memento Mori für die Vergänglichkeit die eins jedoch steht eben für die göttliche Einheit nämlich für die Ewigkeit so berührt er mit dem einen Flügel die Vergänglichkeit und mit dem anderen die Ewigkeit und wenn wir uns das Quadrat jetzt mal näher anschauen dann ist das wirklich wirklich verblüffend wir können die Reihen dieser vier Zahlen in der senkrechten in der waagerechten wir können die Zahlen in der diagonalen wir können die Zahlen jeweils in den vier Ecken dieses Quadrates addieren und es kommt immer dieselbe Zahl aus nämlich 34 und 34 zusammen addiert ergibt die 7 und da sind wir nämlich wieder bei der Verbindung von Geist und Materie weil die 3 für die göttliche Zahl steht wir kennen das von der Trinität von der Trimurti und die 4 steht für das Erdische wir haben ja schon gerade diese Vierheit im Erdischen erwähnt Der Tierkreis entsteht ja auch aus der Kombination dieser Zahlen du hast die vier Elemente Erde Wasser Feuer Luft und jetzt werden die abgewandelt in drei Zustände Kardinal fix und labil und so ergibt es dann immer drei Feuerzeichen drei Erdzeichen drei Luftzeichen drei Wasserzeichen und so haben wir die zwölf also wir kommen von der drei und der vier zur sieben und zur zwölf und haben so diese heiligen Zahlen und damit ja auch heilige Geometrie und kosmische Ordnung dort enthalten ja das heißt wir haben mit der drei und der vier haben wir quasi den Schlüssel für dieses Quadrat wenn wir da jetzt nochmal ganz nah rangehen sehen wir und das hat Dürer etwas abgeändert das Jupiter Quadrat hat er so angeordnet dass unten die 15 und die 14 nebeneinander stehen und 15 14 ist genau das Datum wo Dürer diesen Stich gefertigt hat daneben sehen wir die vier und die eins und die vier und die eins können wir interpretieren als D und A in der Reihenfolge des Alphabets also haben wir Albrecht Dürers Initialen darin verwogen und das Jahr wenn er es gemalt hat und das Jahr wenn er es gemalt hat und wenn wir ganz unten auf den Stein oder nicht gemalt der hat er gestochen ja genau wenn wir unten auf die Treppe gucken wo der Engel drauf sitzt unten rechts dann sehen wir da drunter dieses bekannte Monogramm von Albrecht Dürer dieses große A und da drin das kleine D und das hat er so angeordnet weil Dürer auch etymologisch zu tun hat mit Tür das heißt also das A bildet gleichsam eine Tür oder ein Tor wo das kleine G drin steht also da haben wir auch einen direkten Bezug zu diesem Werk wo man als Kunsthistoriker oftmals auch auf die Idee kommt Dürer ist selber der Engel also da steckt ganz viel von Dürers Seele von Dürers Psyche drin in diesem Bild und das bringt das Ganze wiederum auf eine andere Ebene jetzt interessiert mich interessieren mich hier noch zwei Elemente weil die stechen so ins Auge zum einen dieser geometrische Körper und diese Kugel weil es gibt ja auch die sogenannten platonischen Körper ist das ein platonischer Körper denn überhaupt genau weil es ist nicht so regelmäßig sieht man gleich aber interessant ist wenn man dieses Objekt was ich hier tatsächlich in 3D jetzt gerade in meiner Hand halte wenn man das in eine Kugel legt dann geht das genau rein das heißt die Ecken schlossen exakt an eine Kugel an und diese Kugel ist natürlich und wir sprachen gerade über Platon natürlich ein Symbol für die Suche nach Perfektion weil die Kugel war auch in der Antike immer die perfekteste Form und dieser sogenannte Polyeder oder Rombo jeder wenn man so will der setzt sich auch zusammen aus verschiedenen Dreiecken und Fünfecken und wenn man jetzt von oben auf dieses Objekt gucken würde dann würden quasi die Dreiecke halt mal in die Kamera ist jetzt ein bisschen klein aber dass man es trotzdem sieht guckt man so oben rauf oben und unten hast du worauf der Polyeder steht und oben sehen wir auch dieses Dreieck das sind zwei Dreiecke die gegeneinander läufig sind wenn man also von oben auf dieses Objekt guckt dann bekommen wir ein Hexagramm wir bekommen eben eine Darstellung eine symbolische Darstellung aller vier Elemente die sogenannte Quintessenz in Form eines Hexagramms denn in der Symbolsprache werden oftmals die Elemente als Dreiecke dargestellt also wir kennen das dass wir die Spitze nach oben ist Feuer und die Spitze nach unten ist Wasser und dann mit zwei Strichen ergänzt haben wir dann noch Luft und Erde dabei und da kommen wir in den Bereich der heiligen Geometrie denn dieses Hexagramm finden wir auch in Metatrons Würfel und damit sind wir wieder bei den Engeln und das ist da schließt sich wieder der Kreis das ist unglaublich was Dürer hier verarbeitet hat es ist ja erzähl weiter interessant ist auch dass wenn man quasi die Punkte dieses Polyeders jetzt quasi auf das magische Quadrat in der waagerechten projizieren würde dann bekäme man eine Figur wo man quasi einen aufrechten Winkel und einen absteigenden Winkel erhalten würde also frei interpretiert könnte man darauf tatsächlich auch Zirkel und Winkel mal erkennen also Freimacher so ja ich finde es ja auch interessant wenn wir mal schauen hier ist der Zirkel ganz klar auch ein Symbol der Freimaurerei aber der Winkel fehlt der zugehörige Winkel ist nicht dabei weiß ich jetzt auch nicht wie es zu deuten ist findest du interessant aber eins schuldest du uns noch Axel du hast hier Schulden du wolltest erklären was hat es mit der vermeintlichen Fledermaus auf sich Ja also warum welche Hintergründe da zu finden sind das hat eine Kunsthistorikerin eine Kunsthistorikerin namens Zenja Gershman entdeckt und der habe ich damals zugehört die habe ich kennengelernt auf einer Tagung für esoterische Tradition eine Fachtagung vor einigen Jahren und seitdem sind wir natürlich in Kontakt Zenja kommt aus Kalifornien und hat da das sogenannte OR-Projekt gegründet die ist selber Kunsthistorikerin und sie hat da eine ganz interessante Deutung im Detail würde ich das schon auf meinem Kanal dann ausführen aber es handelt sich dabei eben nicht um Fledermausflügel und das sehen wir auch wenn wir da mal ganz nah hingucken das sind ja keine Flügel die diese Kreatur der hält sondern die hält ja ein wenn man so will Fell ein abgerissenes Fell vor sich sonst würde man ja den Rücken dieser Fledermaus sehen und die Theorie geht tatsächlich dahin dass in verschiedenen antiken Beschreibungen diese Kreatur zu deuten wäre als Chamäleon und das würde jetzt so weit gehen diese Spur zurück zu verfolgen aber das erklärt auch da ist ein Wortspiel drin versteckt warum es nicht melancholier sondern melenkolier heißt total spannende Sache aber das würde völlig den Rahmen sprengen dafür machst du ja auch dann die Detail Sendung noch auf deinem Kanal wo wirklich liebe Zuschauer drauf verwiesen ist gibt es noch was was wir nicht besprochen haben also mir fällt auf jeden Fall das hier auf und hier dieser spezielle Hammer ja also das da unten das ist tatsächlich ein Tintenfass also Schalberg soll gestellt das dar und da oben dieser Hammer das ist ein Zimmermannshammer du siehst auf der einen Seite hast du diese beiden Zähne wo du auch die Nägel wieder mit raus ziehen kannst und du hast aber da unten vor der Narwenspitze des Hundes da lügt auch noch eine Zange unter dem Kleid hervor über dem Hobel siehst du das ja es ist interessant wir sehen hier jetzt nicht die 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 wenn es jetzt Freimaurer wäre sozusagen die Werkzeuge des Steinmetzen wir sehen wir sehen die Merkmale des Zimmermanns und da fällt mir spontan eines gab einen recht bekannten Zimmermann aus Nazareth Jesus war ja Zimmermann guck doch mal bitte rechts unten auf diese Nägel die natürlich auch Passionssymbole sind wenn du diese Nägel in der Kunstgeschichte siehst dann weißt es meistens wenn sie jetzt nicht im Kontext stehen mit anderen Zimmermanns Werkzeugen doch sehr klar auf die Kreuzigungs Nägel in in der Parfums Geschichte ja der Zimmermann könnte man auch sagen könnte auch ein Demiurk sein auch Saturn wird manchmal als Demiurk interpretiert oder demiurgische Kraft der die Welt zimmert muss nicht so sein ich spekuliere mal in den Raum die Zuschauer sind ja auch nicht unbelesen und auch einfältig wie ich habe einfältige Zuschauer dem fällt immer was ein und das ist schön und ich bin dann gespannt was den Zuschauern so alles noch einfallen wird aber tatsächlich wir haben hier die Zimmermanns Werkzeuge ich überlege was es hier vielleicht noch gibt ich meine ich behaupte mal ich bin mal so frei wenn wir jetzt mal schauen die Leiter so das ist die Himmelsseite und dann haben wir natürlich die sieben na wie nennt man Stufen sind das Sprossen die Sprossen genau und die die Sprossen werden ja Planeten zugeordnet sein wenn durch die sieben Zahl und dann vermute ich mal wenn der die hier so anzeichnet und das hier unten beginnt ja und dann guck mal hier zwischen diesen Sprossen ist diese Stadt ich kann es noch nicht ausdeuten aber das ist bestimmt nicht Zufall ja wenn hier ein Planeten Prinzip ist und hier ist ein Planeten Prinzip und dahinter ist diese Ebene der Stadt hier ist dann zum Beispiel die Ebene vom Regenbogen da könnte ich und hier Regenbogen und irgendwie Felsen und auch der Kopf dieses kleinen Engels ist ja praktisch auf dieser Ebene da könnte ich mir auch vorstellen ich spinne mal so rum dass wenn man diese Linien so zeichnet von den Sprossen dass ich vielleicht der Bereiche also dass sowas da drin steckt ich will mich da nicht drauf fest nageln weil wie gesagt ich bin weder Kunsthistoriker noch habe ich das hier detailliert erforscht aber wenn ich da rangehe um mit meiner Art zu zu denken dann würde ich mir solche Fragen stellen ob vielleicht auch das Bild hier in solche Bereiche unterteilt ist wenn man guckt hier ist hier ist wo Schmelztiegel ist da unter auf der Ebene und so weiter und so fort also ich bin mir sicher dass das du kennst diese Symbolik der Einweihungsstufen natürlich auch aus dem Mitras Kult die haben ja jede Stufe jede Einweihung hat auch sein spezifisches Symbol aber insofern wäre da schon interessante Spuren also das sind so Sachen die man echt nochmal angehen kann und ich weiß nicht beginnt die die Leiter hier ungefähr also hier beginnt ihr ist das ungefähr die Mitte des Bildes auch interessant auch das hat der Leonard Richter natürlich unglaublich auseinander geschlüsselt in seinem Dürer Code nach welchen Gesetzmäßigkeiten nach welchen heiligen Geometrien da dieses Bild überhaupt konstruiert wurde das ist nochmal eine ganz andere die Leiter ungefähr in der Mitte beginnt zeigt schon so eine geometrische Struktur wir haben jetzt viel einfach über die Symboliken gesprochen aber der geometrische Aufbau spielt da noch rein es ist ein unheimlich spannendes Meisterwerk und wie gesagt jetzt reden wir hier einige Minuten auf YouTube drüber und das ist schon super spannend und im gewissen Sinn tiefgründig andere haben so dicke Bücher dazu geschrieben also was das ist echt geil muss ich mal ausdrücken ja es ist geil weil was mich daran so unglaublich berührt auch ist dass dieses Bild von einer unglaublichen Aktualität ist also ich möchte jetzt nochmal einmal die Brücke in die Gegenwart schlagen wenn man sich mit diesem Bild wirklich beschäftigt auch von der philosophisch auch psychologischen Seite her was passiert gerade mit uns also in einer Welt die quasi komplett im Umbruch ist die sich gerade aufzulösen scheint wo wir auch in so einer Art Ohnmacht in einer Erstarrung stehen auch in einer Depression wo wir auch den Kinn oder das Kinn auf den Kopf stützen und sagen was kommt denn jetzt was wird denn jetzt hier aus mir wieso geht dann ja alles kaputt gerade gefühlt um mich herum und man kann in einer großen Interpretation sagen das ist eine Darstellung eines depressiven Engels der überhaupt nicht mehr in Arbeit kommt der einfach quasi ausgebrannt ist und seine Schwingen gar nicht mehr erheben kann und das Ganze wird dokumentiert von diesem Kleinen der das alles aufschreibt und auf der anderen Seite kann man aber sagen wenn man nun Jupiter gegen Saturn setzt ist das quasi die Ankündigung eines Neubeginns und dieser Regenbogen steht ja auch für Hoffnung also auf eine aktuelle Situation Befindlichkeit auch Empathie bezogen weil das ist übrigens auch nochmal vielleicht interessant zu erwähnen dass von den vier Charakteren die wir besprachen steckt auch wieder die vier drin für das Symbol der Erde von den vier Charakteren ist der Melancholiker derjenige dem die Kreativität dem das Künstlerische zugeschrieben wird weil er so unglaublich sensibel ist unglaublich empathisch gegenüber dem was von außen auf ihn eintrifft und wie geht er damit um und wir kennen viele Künstler in der Kunstgeschichte die genau so verrückt depressiv waren durchgeknallt quasi anders die Querdenker das ist wichtig zu erwähnen dass wir vielleicht in dieses Bild deuten können als Ankündigung des Neubeginns und der verbundenen Hoffnung damit ich finde das ist doch ein wirklich schönes Schlusswort auch für unsere Betrachtung über Dürer wie gesagt wen das Thema näher interessiert vor allem die Bücher seien empfohlen ganz speziell der Dürer Code das ist das Oberstandard Axels Kanal ich werde es unten einblenden denn da kommt noch vertiefend kommen da weitere Sendungen und ansonsten Axel ich freue mich auf zukünftige Gespräche mit dir und merke gerade ich glaube gerade kunstgeschichtlich da können wir vielleicht uns noch auch noch andere Werke angucken und mal so entschlüsseln das hat auch für unsere Zuschauer einen großen Mehrwert weil es spannend ist danke dass du dir Zeit genommen hast danke dir war schön mit dir mal wieder ja war auch überfällig und in dem Sinne liebe Leute ciao und bis bald König presti bis dann Gott уса 米 bis euro Unis